Kennst du diese Menschen, die äußerlich super attraktiv aussehen, aber sobald sie anfangen zu reden, denkst du dir, ich weiß nicht, wie das so genau mit der Attraktivität ist. Es tut mir leid, aber es ist doch wirklich so, dass unsere Kommunikation uns attraktiv machen kann oder unsere Attraktivität zerstören kann. Deswegen werde ich dir in diesem Video drei ganz normale Worte mitgeben, die du sicher auch schon oft verwendet hast, die aber deine Wirkung zerstören. Viel Spaß damit und viel kommunikativen Erfolg! Herzlich Willkommen, Benedikt Peltier, Kommunikationstrainer und Gründer der Redefabrik. Fangen wir gleich an mit Punkt Nummer eins und zwar, wir haben uns auseinandergelebt. Wenn ich sowas höre, das ist so lasch, das ist so negativ oder wir haben einfach die Liebe verloren. What the hell, als wäre es irgendwie so ein Schlüssel, den ihr irgendwo verlegt hättet. Ganz ehrlich, das ist eine unattraktive Kommunikation, weil sie passiv ist. Wenn du sagst, haben uns auseinandergelebt, dann klingt es so, als wäre das große Rad der Zeit gekommen und hätte euch irgendwie auseinandergezogen über die Zeit. Ist aber einfach Blödsinn. Sag stattdessen lieber, wir halten uns nicht mehr so liebevoll zueinander. Wir sind nicht mehr so liebevoll zueinander. Das ist zwar vielleicht auch etwas unsexy, aber dann bist du wenigstens in der Aktivität und kannst konkret etwas ändern. Passive Kommunikation macht dich unattraktiv. Wenn wir uns hier die sechs Farben des Charisma, unser Modell zum Thema charismatische Kommunikation anschauen, dann sehen wir das in der Farbe der Vitalität. Also dieser Lebensfreude, diese Aktivität, das große Abschläge macht. Also sei in deiner Attraktivität, in deiner Aktivität, indem du auch eine aktive Sprache nutzt. Damit kommen wir zu Punkt Nummer zwei und zwar, habe Angst und deswegen habe ich es nicht gemacht. Warum hast du es nicht getan? Ja, die Angst hat mich halt übermannt. Wenn du sowas sagst, dann machst du die Angst übergroß und dich selbst klein. Und das wirkt unsicher und das wird unattraktiv. Um es klar zu sagen, Angst ist erstmal eine Emotion, die hat jeder Mensch auf der Erde und es ist ein ganz gesundes und normales Zeichen deines Körpers. Alles gut. Du darfst also wirklich sagen, ich habe Angst. Aber nimm es nicht als Ausrede, dann nicht zu handeln. Sag anstattdessen lieber, ja ich merke, die Situation ist super groß für mich und ich spüre, ich habe da Angst. Angst, das zeigt mir, dass ich hier noch was zu lernen habe, dass ich hier noch wachsen muss und dass ich dann handeln werde, auch wenn ich Angst habe. Angst ist keine Ausrede, um nicht zu handeln. Und wenn du die ganze Zeit sagst, ah nee, da habe ich Angst vor, dann fokussierst du dich auf das, was nicht funktioniert und zwar Inaktivität durch Angst, anstatt auf das, was funktioniert und zwar Selbstsicherheit, dadurch, dass du lernen kannst, dass du wachsen kannst und dass du dich dann überwindest, aus deiner Komfortzone heraus zu gehen. Das hat bei den sechs Farben des Charisma zum einen auch mit der Vitalität, also dieser Aktivität im Leben zu tun und es hat auch zweitens mit deiner Stärke zu tun, also mit deiner inneren Selbstsicherheit, wie selbstsicher du sagen kannst, okay, ja, das Leben kann mir Herausforderungen geben, ich werde auch manchmal Angst fühlen und ich werde trotzdem handeln. Damit kommen wir schon zu Punkt Nummer drei, übrigens, wenn dich sowas interessiert, also du generell lernen möchtest, wie deine Kommunikation auf dich selbst wirkt, weil das macht ja extrem viel mit dir und wie es auch auf andere Menschen wirkt und wie du besser kommunizieren kannst, dann abonniere auch gerne den Kanal und aktiviere die Glocke, um hier bei der Redefabrik Deutschlands größter Plattform zum Thema Kommunikationspsychologie und Charisma dabei zu sein. Und damit kommen wir schon zu Punkt Nummer drei und zwar, ah, Streit gehört halt so zu jeder, Beziehung dazu. Ja, Streit gehört halt mal zu einer Freundschaft dazu. Das ist Blödsinn. Und wenn du es dir selbst so normalisierst, dann wirst du dich abfinden damit, dass du oft Streit hast. Um es klar zu sagen, wenn zwei Menschen zueinander kommen, dann wird es Momente geben, wo sie unterschiedlich denken oder unterschiedlich fühlen. Meinungsverschiedenheiten sind völlig okay. Wenn die auch klar ausgetragen werden, also ihr auch in einen Konflikt reingeht, dann ist es auch okay, dann ist es auch gut. Das hat auch mit der Farbe der Selbstsicherheit zu tun. Wie sehr du dich auch traust, nicht diese Sachen, die du eigentlich echt blöd findest, dann so loszulassen und gar nicht anzusprechen, sondern auch selbstsicher anzusprechen. Das gehört auch zu deiner Selbstsicherheit. Aber das hat noch lange nichts mit Streit zu tun. Für den Streit braucht es immer zwei Personen. Vielleicht die andere Person, die dich triggert, aber auch du dich selbst, dass du dich triggern lässt. Dass du dich selbst triggerst quasi. Für Streit braucht es immer zwei Personen. Und das Problem beim Streiten ist, dass es eben nicht mehr nur die Meinungsverschiedenheit ist, dass man auf einer inhaltlichen Ebene unterschiedliche Meinungen hat oder anders über eine Sache fühlt und das auch klar vielleicht auch in einen Konflikt austrägt. Ein Konflikt ist eine Wachstumsmöglichkeit. Aber ein Streit ist ein emotionales Auf-dem-eigen-Standpunkt-Beharren und dann gegen die andere Person zu gehen. Die nicht gegen die andere Person, sondern sei liebevoll mit der anderen Person und gleichzeitig klar in der Sache. Das hängt zusammen mit der Farbe der Wärme. Also wie liebevoll du dem Menschen gegenüber begegnen kannst, selbst wenn er irgendwas gemacht hat, was du richtig scheiße findest. Und zweitens auch mit deiner Präsenz zu tun. Also wie klar du deine inhaltlichen Themen rüberbringen kannst, ohne gleich wütend oder aggressiv zu werden. Das bedeutet, arbeite an deinen Worten. Denn sie wirken auf dich und sie wirken auf andere. Wenn du Lust hast, davon mehr zu bekommen, dann abonniere gerne den Kanal und aktiviere die Glocke. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag, alles Liebe und viel kommunikativen Erfolg.